Ach, Campingplatzleben Leute, ganz ehrlich, freistehen, mega schön, aber Campingplatzleben, gerade hier auf Marina, ja, wo wir euch einfach sehr, sehr oft treffen, das ist schon ein richtig schönes Leben. Hier wollen wir nicht weg, wir haben etwas zu feiern und wir kriegen etwas mitgebracht, dank Zuschauer und dank euch da draußen. Bleibt dran! Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Auf Los geht's los! Mian, was ist heute für ein Tag? Die haben da Geburtstag und Milo. Milo hat auch Geburtstag. Ja, und sie. Und die auch. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Milo. Oh, der Wecker geht. Happy Birthday to you. Aufstehen! Mian, was ist da? Wo ist eins? Zwei, drei. Siehst aus. Wow. Wow, den ersten Kuchen, da hilft er mir natürlich. Ups. Das passiert natürlich. Ein Kuchen. Ja, Milo, den ersten Geburtstagskuchen. Ja, gestern bis spät war hier große Kochsession, Backsession mit dem Mian. Ich glaube, wie lange habt ihr gebraucht? Danke. Bis 1 Uhr, glaube ich. Bis 1 Uhr. Also jeder kriegt jetzt hier gleich den Zuckerguss morgens. Nein, 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 nein. Es ist kein Zuckerguss. Es ist kein Zuckerguss. Nein, das ist Apfel-Bananenkuchen. Apfel-Bruno-Banenkuchen natürlich. Ja, hier gibt es ein Geschenk. Packen wir aus. Und eine richtig schöne Eins. Aber das ist noch nicht alles, was heute passiert. Na, was ist das? Ah, guck mal, jetzt kann er angreifen. Oh, jetzt hat er was gesehen. So, Milo, jetzt zeig mal, was du da drauf hast. Kurze Anleitung, nur den Papa nicht auf die Hand hauen. Oh ja, Papa. Jetzt geht's. Zack, zack. Ja. Super. Also auch so kann man Hammer nehmen. Also von oben, ne? Das darf man. Hui. Ist noch gar nicht fertig. Da fehlt die Eins, da fehlt der Dich. Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Milo. Happy Birthday to you. Ja, gemeinsam mit Freunden Geburtstags feiern. So soll's sein. Da sind sie schon wieder, die beiden. Die kennt ihr ja. Ja, was machen wir jetzt? Das ist übrigens hier auch das Teil. Ich hab das Auge vergessen. Das ist das neue Video. Du hast das Auge vergessen. Er ist ja schon wieder filmreif. Es geht nicht mal ein Tag irgendwas glatt oder sowas. So, da ist sie jetzt. Klar, die Augen fehlen. Schmilzt du denn jetzt weg, Mops? Ja. Oh. Direkt oder was? Nee, ist das. Na ja, okay. Wir machen ein paar Fotos, genießen hier die Zeit erst mal. Ja. Ja. Der Geburtstag von dem kleinen Haus. milo ist rum wir touren gerade eben hier auf dem platz um ob es das machen wir gerade eben wir machen ist nee wir drehen ein musiksong gerade eben zu dem lied einfach kämpfen von uns und ja der markus ist schon tagelang hinter der kamera das ist ja genau was ist ein programm so bei dem song party party wir machen party ein bisschen dreist auch ja genau so wie camp halt sind ja mal gucken wir gucken dass wir hier zuschauer treffen aber irgendwie sind sie alle unterwegs keiner ist auf seiner partelle aber wir haben einen halben spaß also das muss man schon mal zu sagen wir haben echt viel spaß wir waren wir kommen gerade vom strand und da es war einfach total witzig wir haben bestimmt ein paar rest sehen die wir hier mal so reinschneiden können dann schaut da mal rein einfach kämpfen unsere tour kennt keine grenzen auf dem platz sind wir legenden wir wenden den camper im wendekreis zum campen mit barbour sind wir am lenken und sie grüßen von den bänden mit ihren händen hey camper ist campingzeit oh camper überall nur camper es gibt hunderttausend camper und das von dem dorfplatz bis zum nordkapp oh camper überall nur camper es gibt hunderttausend camper und das von der nordsee bis zur ostsee egal ob arm ob reich ob zelt oder liner wir sind alle doch noch camper und wir lieben diese freiheit mit dem wohnen mobil auf tour richtung schweden ob im sommer oder winter weißt du wie wollen was erlebend ist nicht gut hier ja dann ändern wir die route und wir machen kilometer und wir drücken auf die tube hellos sunshine komm hol raus jetzt die markise und wir lassen uns berieseln von den sound den wir lieben wir sind camper die parzelle unser kreisel und wir bleiben nicht alleine weil so viele mit uns reisen ob zum nordkapp oder früher nach marokko überall sind diese camper es campen unter motto campen und zur kennen keine grenzen auf dem platz sind wir legt händen wir wenden den camper am campingplatz oh camper überall nur camper es gibt hunderttausend camper es geht nach venetisch besser geht's nicht oh camper überall nur camper es gibt hunderttausend camper ja der kann hier rumtapsen genau der richtige ort für ihn hier natürlich auch für den großen hier wird jetzt essen fertig gemacht und so weiter ja genau und milu kann super mittlerweile das sind die ersten schritte leute so schön kann sein ja mobs heute mittag noch ein bisschen mensch ärgerlich nicht gezockt und jetzt bist du schon wieder hier wir kriegen gleich besuch uns wird das mitgebracht ja von zuschauen wir hatten ja mal nicht gesagt wenn jemand ein anhänger dabei hat der muss sich bei uns melden es wurde sich bei uns gemeldet die war gar nicht weit weg von unserer heimat und da waren ganz 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 nette zuschauer die sind sogar haben die sachen noch besorgt und solche sachen und die haben wirklich riesentasche und da ist unter anderem lege duplo drin für den kleinen und so eine kugelbahn die ich von mir hatte die bringen sie uns mit weil der mir hat total gerne mitgespielt hat er zum ersten geburtstag gekriegt jetzt geben wir ihnen die und ja da freue ich mich auf jeden fall über viele viele schöne sachen leckere gewürze und 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 keine ahnung was ja auf jeden fall freue ich mich auch mal persönlich Dankeschön sagen zu können an die netten leute sich nette unterhalten und ja gleich ist es schon soweit wir haben gerade mit denen telefoniert und die sind heute hier angekommen die sind gestern ab losgefahren und heute hierhin also schon Hut ab für so eine Strecke das ist schon nicht ohne ja 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 die Zuschauerin war da mit einer Hängerladung voll also sie sagte auch Leute ihr habt echt übertrieben so in der Hand also wir hatten echt viele Sachen ja unter anderem natürlich jetzt hier ein neuer Sitz definitiv ne also wir hatten zwei davon oder haben zwei ja ja also mit dem Sitz das war spontan gewesen weil es war so Mist wie kriegen wir denn den Sitz hier hin weil wir fahren nicht mit dem Fahrzeug nach Deutschland und von daher war dieses oh shit und dann fiel ein Jahr die brauchen wir so langsam und jetzt haben wir ihn hier und jetzt müssen wir mal Probesitz machen passt der Milo da rein das ist ein Reboarder das heißt den kann man rückwärts gerichtet machen und das ist ein 360 Grad Reboarder das war bei mir ganz gut ich muss ihn noch kleiner einstellen jetzt muss ich mal gucken naja und wie ist er Milo was sagst du ist gut wie macht man den jetzt so noch mal ich muss mal gucken wie das funktioniert hat ja genau so hoch kann man so sagen und dann kann man den jetzt auch noch 360 Grad drehen das war bei mir ganz gut gerade wenn du nur ein Zwei-Sitze-Auto hast dann kannst du das zu dir drehen kannst du das Kind ordentlich anschnallen kannst du das zurückdrehen und so können wir ihn jetzt noch rückwärts fahren lassen und irgendwann dann vorwärts fahren lassen weil der Maxi Cosi so langsam ja der wird halt irgendwann so klein beziehungsweise irgendwann darf er da drin auch nicht mehr fahren und von daher mussten wir das jetzt mal ändern genau einer ist zu Hause im Auto bei dir und einer ist jetzt hier und da hinten sieht man schon eine Bimmelbahn ne wie heißt die Bahn ne Kugelbahn ne Kugelbahn ne Kugelbahn selbst die kam mit da ist auch so großes Teil ne ja genau genau die hat sich angeboten der Mian hat die zum ersten Geburtstag gekriegt und er hat geliebt damit zu spielen deswegen hab ich gesagt Mensch die muss doch auch hierher die ist ja ziemlich schmal und hoch das heißt wir können sie bei der Fahrt entweder hinter der Leiter haben oder wir können sie auch so mal irgendwie wo positionieren aber sie kam gut an der Milo hatte ja Geburtstag und wir haben einen Gutschein gekriegt für diese Eisdiele hier der Mian und ich sind jetzt vorgegangen weil der Milo kann ja eh noch kein Eis essen und jetzt haben die groß aufgefahrene Geburtstagstorte die sieht man nach vorne die holen sie gleich aber nochmal wenn der Milo da ist dann gab es dann noch was und einen schönen Eisbecher und eine Krone und ich habe direkt schon gesagt nein 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 das Geburtstagskind ist ja gar nicht da weil hier lief jetzt auch Geburtstagsmusik mit Happy Birthday ich und Mian haben uns jetzt dieses Eis hier ausgesucht und das werden wir jetzt erstmal essen ja jetzt gucke ich gerade eben ich denke warum ist der Behälter hier nicht so richtig voll und ich war gerade eben hier hinten dran aber das sind wieder so Campergeschichten ich denke mir was ist das für eine Pfütze was ist denn das für ein Schmutz hier hinten bei mir drin und dann schon so als wäre Frost dort hinten ja das ist nämlich das Problem wenn man AdBlue Behälter mitnimmt unter anderem ist es hier ganz schön dreckig jetzt fühle ich hier wirklich in eine offene Wunde bei mir gerade eben ja das werde ich jetzt mal reinpacken aber dann sieht man auch wieder ja Behälter den habe ich schon so lange der ist immer auf Halde aber den muss ich jetzt auf jeden Fall hier mal rein kippen weil irgendwo ist der undicht ja da hatte ich jetzt mal auch richtig Glück dass ich noch nicht AdBlue getankt habe ja wohin sonst damit naja ich muss jetzt hier erstmal alles aufräumen kennt ihr das die Leute die durch andere Parzellen gehen naja hier ist gerade eben keiner da kann ich mir das mal erlauben es kommt jetzt im Müll und naja wen ist denn sowas mal bitte schon passiert also manchmal ist das doch eine provokante Dauerwerbesendung hier von dir was hast du einen Vertrag mit diesem Ventilator den ganzen Tag läufst du schon damit rum Leute ich liebe den der ist einfach Gold wert also der rettet uns wirklich den Arsch drin weil wir haben nur zwei Max-Van nur den Arsch drin das ist total heiß drin Leute guckt es euch an du kannst den so klappen hier hinstellen irgendwo hinhängen ich habe den schon neben dem Kindersitz ich lege dir manchmal so in seiner Höhe ich kann den hier biegen und brechen und hast du nicht gesehen ich habe vier Turbostufen der ist einfach super und ich bin heute habe ich den echt mitgenommen weil es so heiß war und wir mussten da zum Strand für das Video ja aber ein anderer willst doch auch tun Hauptsache ein Ventilator ist so heiß ich habe den mitgenommen so ne und habe mich damit gekühlt und dann so ey und da habe ich ihn dann hingehalten der so ist schon geil ne und jetzt gerade so habe ich den als Film ja ja jetzt mal eine andere Sache Leute ich habe hier mal eine Firma hier fährt immer eine Firma rum da habe ich mal da habe ich mal angefangen ja mops verlinkt immer alles ihr kennt das ja hier dieses Teil ne das ist mir ja gebrochen habe ich ja erzählt jetzt habe ich eine Firma angerufen die sagen für 60 Euro haben sie die Teile es gibt natürlich immer nur zwei das ist auf jeden Fall super für 30 Euro bringen die es hin und für einen Preis von X montieren die es ich habe gesehen die Monteure sind zu dritt angenommen jeder Fofi ja sind wir schon bei 240 Euro jetzt habe ich die Firma mal gefragt kann ich die Teile nicht abholen und wir haben einfach gesagt ja also mal gucken ob ich sie abgeholt kriege für 60 Euro naja wir machen uns jetzt schick fertig Mops lädt mich zum Essen ein Mops lädt mich zum Essen 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 Mops lädt mich zum Essen